Einen wunderschönen guten Morgen! Die meisten Lifetime-Käufe als eine Einmalbezahlstufe neben Software-Abos, die werden sich finanziell oft nicht auszahlen. Und wenn sie es tun, dann ziehen wir frühestens, erst nach einigen Jahren, einen Strich unter diese Rechnung. Abs auf Lebenszeit, das bedeutet immer die Lebenszeit der Software, nicht eure Lebenszeit. Und trotzdem kann das Angebot, das Angebot für so eine Lebenslang-Lizenz, absolut gerechtfertigt sein. Vielen Dank!